Nach dem letzten Spiel habe ich meiner Mannschaft schon ein riesen Kompliment gemacht und ihr gratuliert zum Sieg. Heute muss ich sagen, weiß ich gar nicht was ich sagen soll. Wir haben heute eine Wahnsinnsmentalität in der Mannschaft gehabt. Wir haben zusammen so viele Rückschläge heute weggesteckt und haben einfach alles aus uns rausgeholt, was drin war. Die Jungs sind völlig ausgelaugt, waren die letzten zehn Minuten im roten Bereich drin, aber keiner hat aufgehört und alle haben zusammen gekämpft. Also ich bin heute unheimlich stolz auf die Jungs und das haben sie total verdient heute hier zu gewinnen und damit auch Gruppenerster zu sein. Also ich glaube wir haben das Spiel wieder als Team gewonnen. 33, 38 war ein Torfestival, aber jeder hat sein Bestes gegeben. Wir mussten gleich mal am Anfang Kuba seinen Ausfall wieder gut machen und ich denke einfach dadurch, dass wir über ganze 60 Minuten Tempo gegangen sind, deswegen auch so viele Tore, haben wir einfach das Spiel im Endeffekt gewonnen und das auch völlig zu Recht. Räumatär wurde die paradise. Vielen Dank.